mein pixel nicht geöffnet wir machen sein wie was zuerst weil er nicht so viel zeit hat deswegen und danach meine irgendwann meine rennen ja nicht weg hier haben wir jetzt erst mal drei player picks gucken wir mal ob der gegönnt wird oder coederson ist schon mal nicht schlecht fürs rating kann man mal mitnehmen 490 rating geht schon mal klar der zweite wert ach du laporte oder vignaldum hat hat gutes rating gutes werte laporte hat das rating arnold ist sehr sehr stark also dreimal 94 das ist sehr sehr krass das ist schon mal sehr sehr krass also dreimal 94 damit kann man sich nicht beschweren moin luka meinung zu bvb transfers drei sehr sehr gute transfers also dein premier league team of the season spieler kommen kommi da muss jetzt was gescheites kommen oder muss wieder hochgradig aggressiv werden auf dieses unternehmen kappa ederson oder alison das schlimmste was kommen kann wenn es richtig scheiße wird wenn es brasilien wird wird es richtig schlecht van deyck alter gras van deyck stabil gras van deyck ist gras das ist gras das richtig stabil der bringt über eine mille der bruch kann er ja auch perfekt direkt behalten das ist auf jeden fall krass das ist auf jeden fall krass also anscheinend gönnen die heute richtig moin daniel korrekt ist am stadt bist du ja die ist schon stabil da ist schon sehr sehr stabil er alter was ein pack das sind fast 3 millionen alter alter das sind fast 3 millionen freunde eriksen fand da alter das sind wirklich fast 3 millionen 1,1 millionen und der andere ist auch noch ein fehler klar ja den wollte er alter 3 millionen pack alter krass freunde fangen wir hier mit weekend league an gucken wir mal silber 1 wie gesagt was wir bekommen einen player pick bekommen wir hier was krasses zur auswahl kriegen oder nur scheiße sondern wir machen das jetzt mal auf fronte gucken wir mal was wir jetzt hier zur auswahl bekommen ja ja wenigstens hier noch ein paar prämedik kommen wenigstens wo auch die komisch geiern belohnt mich ey oh tods aber wir haben eh hä ach mein gott wird man auch noch geprankt mit so einem hartz 4 spieler mein gott ich dachte tods warum ist er blau wenn er rot ist mein gott was ist das für ein hartz 4 spieler es ist mit blau was sollen die scheiße hier muss ich mich verarschen hochkratte ich lächerlich also was ist das hier für einer warum ist der so teuer 65.000 abstoß das platin gehirn hat wieder zugeschlagen freunde 65 warum ist der so teuer zum abstoßen der lappen 65.000 ist krass ich dachte guck doch selber den wenn wir sowas von abstoßen brauche ich nicht tschüss ja noch nicht gezogen ich ziehe jetzt auf mein zweiter kommt habe ich bis jetzt erst gezogen und weil leon war richtig ordentlich jetzt ziehen wir bei mir hoffen natürlich dass ea nicht geiert meine erste pack kormier nicht geiern da bin ich da freunde nice anscheinend sind diese packs können gönnerhaft fand ich schon mal sehr sehr stabil wo ich nicht mal weiß ob ich den einbauer war 96 wetting 96 hier auf dem kanal muss ja natürlich kommen ist natürlich klar 96 zu 96 hat zwar zwar uns in der champions league raus geköpft aber ja kann ich akzeptieren dass er herkommt kann ich akzeptieren freunde ist schon mal der erste schmackhafte spieler jetzt um sonn oder hassart oder so da würde man sich nicht beschweren freunde kommen ihr noch mal so bisschen gönnen final dumm ok nimmt man mit ordentlich geht klar der rest ist ja wie der schmutz auswahl aber kommen gibt mir jetzt mal 23 primär nicht zur auswahl hier kommen kommen die er nicht geiern fernandinho 93 ok kann man mit leben es war okay player picks also geht klar also das ist schon sehr stabil da dies da ist stabil ne komm hier jetzt auch nur nach wie da der wieder der immer dieser petrus heißt wahrscheinlich brasilianischer peta oder so irgendwas aber egal ich will mich nicht beschweren ja so ich lieb ist die ersten hashtag lachs und dann machen wir auch mal direkt aufräumen ich hoffe ihr bringt mir glück ja guck mal was wir hier raus wo ein pack öffnet sich nun kommen wir nicht geiern die korea flacke jetzt zeigen oder die belkin flacke und dann wäre hier der check bei belkin schau doch dieses gesicht an das ist platinlack platinlack aber knallrot freunde wer ist der krasseste kommt verzeigen so noch dahinter kommen wir ganz jetzt kommen was ist noch dahinter was ist noch dahinter was ist noch dahinter ja okay die sind jetzt nicht so gut aber scheiß egal hasard geil geil drei millionen fast freunde drei millionen drei millionen ederson ist schmutz laport laport auch dran hat nicht spät nicht spät nicht spät nicht spät also das nehmen wir mit tico sagt nummer zwei ok der rest schreibt noch nichts rein schau hören wir mal auf dich antigos wenn nichts kommt sperrung für dauerhaft auf dem kanal kaputt kann jetzt nichts kommen bin ich vollkommen zufrieden es kommt noch mal was kommt trotz deutschland habe ich schon muss ich eigentlich abgeben für ihn der spc müssen wir eigentlich abgeben für ihn der spc antigos die ja dafür muss ich eigentlich sperren kann man so letztes 125 k-pack freunde dann kommen wir natürlich jetzt zu euch rein danach kein walkout aber ist natürlich vollkommen in ordnung ja aber er steht bei den anderen leuten als wohnnacht schon von dem man mit ist okay wenn man sich nicht beschweren von just kann anfangen ich hoffe die gönnen ihm hier wenigstens ist gesagt obwohl man kriegt ein primär nicht so aus weil die sollen ihm hier was gescheites geben komm gönnt ihm gönnt ihm ja nimmt man dorati mit aber komm jetzt noch was gescheites kommen er gönnt ihm er hat so lange gewartet gönnt ihm komm jetzt was gescheites wenigstens ein spieler den er nutzen kann komm jeder sonne ich weiß nicht ob er mit dem zufrieden ist schreibt gerne mal rein ob den zufrieden ist ist nicht schlecht gute reflexe hohes rating kannst du bestimmt was mit anfangen ich weiß nicht wie sein team aussieht komm jetzt gönnt ihm er hat keinen einzigen walkout jetzt muss der walkout kommen gebt ihm den tods hopp gönnt ihm den todsi ey ja komm jetzt blau aber kann immer noch was gutes sein kommen was gescheites du nicht össi hummels 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 immerhin hummels okay ich glaube er hat sein immerhin sein 80k so raus hummels zu 50.000 wenn so 50 60.000 salam laporte und rober das ist natürlich auch spitze ne ich sag mal so ich hatte auch ein von liverpool wer hat perfekt predikt 200k pack schmackhaft schmackhaft das macht bock freunde das macht bock mit euch die zu öffnen kommen ich möchte jetzt mal so was gescheites in sonne oder so kommen vier von primary das ist ein sehr sehr guter auswahl ich weiß nicht ob er vielleicht fernandinho zocken kann fernandinho wäre der spielbarste würde ich sagen wenn er natürlich laporte nehmen wenn er rating will laporte oder ederson laporte würde ich wahrscheinlich schon mal recht ordentlich gewesen und jetzt bekommt jeder sonne und normal laporte ja gute auswahl zweimal von city 93 94 sehr sehr gut also das ist nur sehr sehr gute auswahl damit kann man sich nicht beschweren da am ende kann er auch noch gerne sein team zeigen so zunado gezogen stabil digga gg und walkout im ersten und tots kommen premier league ja ich komme mach mach es hat gar kein war mach es natürlich mach es totz natürlich er hat natürlich gar kein trotz aber ist okay machen bundesliga kommt morgen adrian und nochmal walkout direkt back to back walkout nice leider keinen aus hummels kommen hummels hummels ja hummels ist okay hummels ist stabil material noch ist okay das war stabilen hummels tauschbar nimmt man gerne mit guck mal drei walkouts zuerst hier anscheinend die ehemitarbeiter kappen huv ne immobile ja immobile geht klar ist nicht so verkehrt ne der hat auf jeden fall ihren pack walkout aber sei ihm gegönnt ne bei den packs muss auch eigentlich sein ne also muss auch eigentlich sein komm jerry komm oh wow wow allison und hamdala ist beide gute auswahl hamdala ist doch auch klar das genauso wie das anabhängig komm ja mätzen aber in dem hamdala geht klar der kranke werte hat gleich was gescheitzt ihr geld nicht rum vom fiefer ist vorbei ok elison nimmt man mit ne für gold 3 ist schon sehr sehr stark ein ja ja ist kein garantierter ppl aber hat einen bekommen und er bekommt elison halt noch mal krank gewertet der ne und er nimmt hat noch mal elison und gibt ab für sbc kennen tisch auch mal denn jetzt leider zu schauen wir schon mal probiert ja oder aber wenn ich kann können wir gerne probieren wie gesagt so denke da werden so nicht so gerne spieler und walkout kein trotz aber lukaku nimmt man mit den romelu wieso okay